Einen wunderschönen guten Morgen und Willkommen zu State of Decay. Was hat sich denn hier alles geändert, meine Fresse? Okay, okay, okay. Was? Endlife ist zusammengebrochen? Was? Wie? Wo? Was ist zusammengebrochen? Wie? Zusammengebrochen? Was ist hier los? Hab ich jetzt was nicht mitbekommen? Hm. Wer weiß. So, alles wieder. Was wir lagern können? Wann denn? Wo denn? Ich hab plus drei. Müsst du mich verarschen? Ja, weiß ich doch, weiß ich doch. Maximale Lagerkapazität erreicht. Rufeverstärkung. SWAT-Einheiten. Ähm. Ist das das richtige Spielstand? Ich glaub schon, ne? Weil irgendwas haut hier nicht hin, weil ich hab doch... Ach, nein! Doch, doch. Ist schon so richtig. Wollte ich was sagen, hä? Ich hab doch gar keinen. Aber nein, das war ja der Polizist. Ach, ich bin jetzt... Ich war jetzt komplett verwirrt. Nein, ähm. Ich hab mir mal vorgenommen, äh... ...mal zur Armee zu gehen. Denn, äh... Ich hab keine Ahnung, was mich da erwartet. Was ist eigentlich mit dieser Stadt hier oben? Kann man da hin? Ich fahr da jetzt mal hin. Ja, Munition hab ich noch genügend. Baumaterial hab ich jetzt zwar nicht so viel. Aber ich denk mir mal... Was ist das? Ach, der Trainingsbereich. Genau, die wollen ja den Trainingsbereich haben. Ausdauer. Okay. Benzin umwandeln. Ja, Benzin hab ich eigentlich genügend. Was gibt's hier? Ja, natürlich. Immer ran damit. Immer ran damit. So, Moral ist jetzt zwar nicht grad so die beste. Aber das war schön. Warum brennt der Wagen immer noch? Egal. Ab dafür. Ja, ja, ja. Behalte schon offen. Keine Sorge. Denn ich möchte jetzt mal wissen... Äh, was diese Oberstadt ist. Was ist da los? Da möchte ich doch gerne mal hin. Mal kleine... Uhuhuhu. Kleine Erkundungstour machen. Mal schauen, was mich hier so beartet. Wer ist dieser Jack? Ich verstehe nicht. Wer ist das? Ist das einer von uns? Ist das ein Funk von anderen? Ich hab keine Ahnung. Gerade durchs. Okay. Da komm ich ja nicht hin. Oder? Wie komm ich denn da hin? Okay. Nee, hier kann ich auch nicht drüber. Äh, habt ihr irgendwie eine Möglichkeit gefunden, hier rüber zu gehen? Gibt's da sowas? Nein? Gibt's nicht? Nein? Schade? Okay. Hm, also da kann ich jetzt irgendwie nicht hin. Wird das noch freigeschalten? Ich hoffe doch. Diese schöne Drehung. Ei, 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 ei. War das jetzt Tag oder Nacht? Ich weiß es nicht. So, in jeden Fall schweinedunkel. Klatsch. Weg mit euch. So. Was leckt denn das, Mann? Ach, ich bin ja hier richtig. Ich muss ja rein. Okay. Was machen die denn? Boah, was ist denn los heute, PC? Ist doch gut. Das sind immer die ersten Minuten. Da leckt das voll. Ich hab keine Ahnung. Gut, ist jetzt, äh... Early Access. Da wird noch das eine oder andere kommen. Ein Patch oder irgendwie sowas. Nachbarn entdeckt. Äh, okay. Ach, hier sind die. Okay. Vier Leute, ich hab nie so viel Platz. Okay, er läuft. Ach, bin ich auch zufrieden damit. Ah, hier hin. Ah, okay, hier hin. Einen Aussichtspunkt brauche ich jetzt nicht gerade. Okay, dann wollen wir mehr aufräumen. Ja, wenn man Verstärkung hat, ist es auch immer gut. Vielleicht tickt dann die Armee ein bisschen anders. Und wir uns nicht gleich sofort umbringen. Ach, ich bin doch der hier. So, auf mit dir. So, da wollen wir mal ja rein. Okay, Überlebende. Ui, 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 ui. Sehr schön. Ach, das war es schön. Oh, das war es so spannend. So, gut. All right, all right. Ich entschuldige für alle die Zeiten, die ich verraten, dass ich dich in der Hüte wenn du gehalten hast, wenn du gehalten hast. Ich sage dir was. Ich habe ein paar Pugler mit den Arteleien verbundenen zu meinem Umgebung. Ich verratiere sie mit Whisky. Und sie regeln hellfire auf irgendwelchen Hordern, die mir und meine Hüte verraten. Wie jetzt? Oha, Luftschlag! Okay. Äh? Die haben ja gar nichts hier. Ja, nicht gleich so bepisst sein, ey. Fräulein. Wo sind andere? Ach, der ist da. Ja, da ist freundlicher. Aber heftig! Krass! Infektionsherd. Ja, den will ich jetzt eigentlich nicht machen. Kreische. Autohändler. Hm. Ja, da will ich jetzt auch noch nicht hin. Infektionsherd. Was könnten wir eigentlich mal machen? Wir könnten eigentlich das mal machen. So, mal fix mal so ein paar Missionen machen. Haben wir ja lange eine Zeit nicht gemacht. Irgendwann muss man ja auch mal zum Ende kommen. Haha. Auch wenn ich wirklich so viel erkunde und alles so. Aber das ist meine Art. Das mache ich ja in jedem Spiel so. Ich renne da nicht durch wie so ein Irrer. Sondern ich will wirklich alles erkunden. Ich will da wirklich alles ansehen. Und das könnte dann auch wirklich dauern. Und gerade bei solchen öffnen Spielen. Auch bei GTA. Also das kann wirklich... Monate dauern, bis ich da mal durch bin. Ist einfach so. So, gerade durch. Ja, ne. Das habe ich wirklich nicht. Warum hat das eigentlich keine Sirene? Also... Verstehe ich nicht. Alter, hier auf zu lecken. Auf zu lecken, du Sau. Ich weiß nicht, warum das hier leckt. Ganz kuriose. Wie weit ist denn das noch? Denn wir brauchen ja, wie gesagt, Überlebende. Denn dann hat es ja nicht geschafft. Schade eigentlich. Aber naja, gut. War eh ein Großkotz. So, was haben wir hier? Alte Farm. Okay. Halt! Ich muss hier rein. Ja, ich muss hier rein. Ist ein bisschen kürzer. Das ist wie durch der kompletten Stadt zu fahren. So, um mal die Zeit, oder? Ach, halt zum Auto, blöde Kuh. Ich habe dich erlebt. Ach, hier ist der Autohändler. Ah, okay. Läuft irgendein Hintergrund? Oder was ist hier los? Kann doch nicht sein, dass das... Verarschen. Ich kann durch alles fahren, aber gegen... ...kartenzahlen nicht. Ja. Seems legit. Ach, hier. Das ist... ...das, was ich die ganze Zeit sah mit Jack. Mal ganz schnell durchsuchen hier. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Was hat die gesagt? Alles in Ordnung oder nicht? Alles passt schon. Wenn, dann hol ich halt, äh... Weiß ich nicht. Sucht man nach Überlebenden? Und, äh, Plünderer? Ich muss ja aus dem Fenster, Dankeschön. So. Oh, scheiße. Ah. Können die mal kurz, kurz helfen, Dankeschön. Ihr braucht auch nicht zu helfen. Jetzt fahr halt. Entschuldigung, ich hab da Ballast, einen Schwarzfahrer. So. Die können mir mal helfen. Aber nein. Die sind sicher zu fein. Äh. So. Die sind weg. Jetzt lade nochmal nach. Hä? Okay. Diese schwaren Einheiten. Katzen Einheiten. Dich weg. Wie viel ist das denn noch? Das sind ja noch alles anwesend. Ja, ist klar. So. Okay. Ja, dann suchen wir mal. Ich denke mir mal, er ist, ähm, da. Da ist er. Das weiß ich. Ich weiß es zwar nicht, aber... Ich weiß es nicht, ich hab das wirklich gesagt, äh, jetzt nur zufällig gemacht. Ein Dreirad. Chicksals in die Nähe, du. Kann jeder mich hören? Hier sind jedenfalls viele Tote. Also bin ich doch gar nicht mal so verkehrt. Steht mir mal nicht im Weg rum. Dankeschön. Ja, sei froh. Laber nicht so in den Müll rum. Der lebt noch. Ach so, geht nicht. Ein andermal. Boah, geht doch mal rüber, du Saftsack. Äh, eine Machete. Okay. Ach, das meint er sie. Was, wir haben? Oh. Oh, okay. Ja, ähm, was ist mit dem hier oben eigentlich? Ich brauch den doch nicht. Kann ich den irgendwie nicht abbrechen lassen? Nein, keine Ahnung. Gut, dann halt nicht. Dann ist er hier im Schuppen dran. Das weiß ich. Nicht schlagen, schuppen. Okay. Das suche ich später nochmal nach. Geh mal rüber. Du Vogel, du. Dann ist er hier dran. Die Äußer durchsuche ich mal später. Ach, geh da mal rüber. Kollege. Nerv ihn doch nicht. Ich hab gesagt, geh rüber! Hast du immer im Weg stehen müssen? Äh. Wird jetzt da vielleicht mal die Fresse halten? Dankeschön. Wo ist er denn? Ach, hier drin vielleicht. Ah, okay. Oder? Ach, hier ist er doch. Bestimmt nach Hause, oder? Ja, ich denke mal nach. Da oben hin. Ich bin mir in der Heimatbasis nicht sicher. Na gut. Einsteigen. Rundfahrt. Äh, Zombie-Horde. Da will ich jetzt grad nicht hin. Äh. Wieso da oben hin? Ich mein, das war doch bei mir sicherer. Hoppala. Entschuldigung. Versteh ich nicht. Aber nun gut. Wenn sie nicht wollen, fahren wir halt da oben hin. Da war doch auch so ein Außenposten, oder? Wurde sich vielleicht auch freuen. Vielleicht ist das unsere zwei Heimatbasis dann. Man weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Schlecht war es ja nicht. Äh. Wo geht das? Ach, immer grad aus. Immer die große Straße entlang. Immer entlang. Zombie-Horde. Entschuldigung. Okay. Okay. Was ist das? Jaak könnte es sterben da draußen, ich kann das nicht riskieren. Nein, du hast nur alles, was wir haben, indem wir diesen Ort nicht verabschieden. Aber ich bin froh, dass dein Haus sicher ist. Du kannst uns an unsere Freundin hier für das. Wir hätten uns in reale Probleme damit. Okay, ich verabschiede, ich empfiehlt. Du bist glücklich? Ich habe gerade gesehen, dass sie uns sehen. Ich denke, sie sehen uns. Any idea, wer sie sind? Nein, nein. Aber sie sind keine von den Leuten, die wir mit normalerweise verabschieden. Hey, nicht schweiß. Wenn sie was versuchen, dann werde ich sie schützen. Mann, ich kann mich selbst schützen. Okay, dann. Du kannst mich auch schützen. Ich bin froh. Jesus braucht Hilfe. Okay. Hätten wir das jetzt auch endlich mal erledigt? Neue Außenposten mitessen. Ja gut, warum nicht? Was wir haben, haben wir. Jetzt muss ich Jesus helfen. Ich komme, Jesus. Noah ist unterwegs. Nein, wie war das? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich mit der Bibel nicht aus. Ey, Jesus war ja später. Ne, er. Und dann kam Noah. Ich habe keine Ahnung. Wie war denn das? Achso, jetzt auch egal. Oh mein Gott, zwei Infestations. Oh mein Gott, zwei Infestations. Ich habe keine Ahnung, warum. Wieso, weshalb. Na, es ist auch verschnürft. Ach, Sonntag. Es ist typisch Sonntag. Aber ich bin nicht sicher, dass ich ihn zu testen möchte. Oh, wir sind ziemlich kurz vorhanden. Wenn wir attacken werden, werden wir blindspotten in unserer Defensive haben. Zu wenig Leute. Wenn wir neue Leute hätten. Ja, mach das doch. Ich habe dich doch angefunkt hier so erstmal ein bisschen nach. Tja, was weiß ich. Sichere das Gebiet hier. Ach, da ist er drin. Was machst du? Da hat er alle so eine Kontrolle. Was soll er denn? Tja. Oh. Dann mach ich so eine Eile und dann ist hier nichts. Was ist denn hier? Hä? Hä? Was ist hier denn? Was ist das denn? Von wem ist ein Rucksack? Ist da jemand gestorben? Wenn ja, reiße ich ihm den Arsch auf. Oh. Den mach ich kalt. Tut mir leid, aber den... Notiz im Laden verfickbar. Okay. Kann ich jetzt einkaufen noch, oder was? Nein, jetzt aber mal wirklich. Wer ist denn hier gestorben, bitteschön? Ich muss jetzt jetzt durchschaffen. So, willst du mit Joe Wilkerson reden? Jesus braucht Hilfe. Nein, Nachbarn. Checkgeräte. Beschleidige. Nicht Erholung. Dich von Krankheit erholt. Gut. Fitness zu einer Superpleit. Dich von Krankheit erholt. Dich von Krankheit erholt. Ist das denn hier gestorben, bitteschön? Oder war das so random irgendwie... Ding? Ich verstehe das gerade nicht. Hm. Wer weiß. Ist mir jetzt auch egal. Ja. Viel haben wir ja in dieser Folge nicht geschafft. Ähhhhh. Ich bin voll... Ähhhhh. Meine Fresse. Bin leicht verschnupft. Man merkt's, ne? Gut. Ah, nee. Das ist zu random. Ist keiner gestorben. Na, ein Glück, du. Vom Verbindeten... Ja, was weiß ich. Keine Ahnung. Irgendwie wird es schon zu richtig sein. So. Hätten wir jetzt auch wieder getan. Missionen haben wir jetzt keine mehr. Abgesehen von diesen... Entschuldigungen, aber... Pfff. 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 Ja, weniger brauche ich jetzt eigentlich nicht so. Von daher... Aufnahmepause. Aufnahmepause... ... 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